Hallo Klickenabendler, wir sind bei Queen Games beim Presse-Event kurz vor der Messe in Essen und konnte uns hier die Neuheiten anschauen. Die Neuheit hier wird es dann auf der Messe geben, aber im Moment kann man sie noch nicht im Handel kaufen. Wir haben hier das Handmuster, das ist noch nicht das fertige Exemplar, das Spiel heißt The Red Palace und ist ein Alhambra-Spiel von Dirk Henn. Alhambra kam raus 2003, das ist jetzt quasi 20 Jahre alt geworden, ist ein Klassiker, kam drei Jahre lang nach Carcassonne raus. Und Carcassonne und Alhambra sind quasi die Plättchen-Legespiele überhaupt, die es in der Szene gibt und die jahrelang immer noch von Leuten gespielt werden. Alhambra wird jetzt hier nochmal erweitert um einen variablen Anteil und wir schauen uns jetzt mal kurz die Änderungen an, die es in dem Spiel gibt. Das Spiel hier wird aufgebaut, es gibt einen Sack, das hier ist der ganz klassische Alhambra-Aufbau. Das heißt, es gibt hier Plättchen, über die wir bieten. Was euch auffällt ist, normalerweise ist hier ein Gebäude fest aufgedruckt und wir kaufen das Plättchen. Hier werden jetzt die Gebäude zufällig gezogen und darauf werden zufällig Gebäude draufgelegt. Die Holzelemente gibt es dazu auch und die werden dann passend ausgetauscht, wenn man es einbaut. Aber während dem Spiel kann sich das hier ändern, deswegen liegen die aktuell so drauf. Wenn man dran ist, zu Beginn des Spiels kriegt man erstmal Karten, Karten bis die Summe 20 erreicht ist. Der Letzte kann sich zuerst dann einen Karten-Stack aussuchen, dann der Zweite und der Startspieler als Letztes. Und wenn man dran ist, kann man seine Karten ausgeben. Ich hätte also jetzt hier vielleicht das als Starthand. Und wenn ich dran bin, kann ich die Karten ausgeben. Das hier kostet mich die braunen Karten, das die blauen, das die grünen, das die gelben. Und ich kann natürlich jederzeit das hier kaufen für 11, 12 oder mehr. Also wenn ich 11 direkt habe, gibt es einen Sondereffekt, aber nehmen wir an, ich gebe mehr als 11 aus, dann kriege ich das und mein Zug ist beendet. Hier 2, da 6, da 13, aber halt gelb. Oder ich kann Karten nehmen, entweder eine beliebige Karte oder so viele Karten, die maximal in Summe 5 ergeben. Das ist mein zweiter Zug und ansonsten kann ich auch abreißen. Alles, was ich gebaut habe, kann ich abreißen und in meine Reserve tun oder aber von der Reserve was einbauen oder aber Reserve und ein Teil meines Gebäudes tauschen, wenn es genau in dieselbe Position kommt. Das sind die drei Optionen, die ich habe. Wenn ich dran bin und kaufe etwas für genau dieselbe Zahl, also ich habe 11 auf der Hand mit Blau, dann kriege ich das, baue es noch nicht ein und habe jetzt einen zweiten Zug. Hätte ich dann noch eine 2 auf der Hand und kaufe das, hätte ich noch einen dritten Zug. Das kann man also seinen Zug beliebig erweitern. Das ist soweit alles die klassische Alhambra-Regel. Hier der Wertungskartenstapel ist in 5 gleiche aufgeteilt. Die erste Wertung kommt in den zweiten Kartenstapel rein und ist reingemischt und die zweite Wertung ist im vierten Kartenstapel drin und die letzte dann, wenn die Plättchen leer sind. Alles klassisch Alhambra. Was Neues ist der obere Bereich jetzt hier. Das heißt einmal haben wir hier einen Bereich, dass wir die nächsten drei Plättchen sehen, die kommen und die eingebaut werden. Und wir können sie auch von hier kaufen, dazu komme ich gleich noch, aber das wäre das nächste, was eingebaut wird, dann das und so weiter und es wird immer wieder aufgefüllt. Dann haben wir eine variable Wertung. Die klassische Alhambra-Wertung wäre hier, nach der kann man auch spielen. Da ist der Turm am meisten Siegpunkte wert, die Blauen am wenigsten. Wenn man möchte, bei dem Spiel spielt man variabel, das heißt die hier sind immer unterschiedlich. Die werden immer vor der Partie ausgewählt und zufällig reingemischt, da sind mehrere dabei. Und dann habe ich halt in der ersten Wertung, wer die Mehrheit der braunen hat, kriegt einen Punkt. Wer die Mehrheit der grünen hat, kriegt drei in dem Fall. Und das ändert sich bei jeder Wertung. Sollten mehrere die gleiche Wertungszahl haben, wird es durch die Spieler geteilt und abgerundet die Punkte, die man erhält. Und jetzt das Hauptelement, was anders ist, ist nicht nur das Variable, sondern die Wächter. Das heißt, ich habe hier Wächterfunktionen, neun Stück sind im Spiel, vier Stück liegen jetzt hier gerade aus. Und ich kann jederzeit, wenn ich ein Gebäude bekomme, wo ein Wächterplatz drauf ist, ich gucke gerade, ob hier eins liegt. Ne, liegt gerade nicht da. Aber da werden wahrscheinlich welche da sein. Hier ist eins. Hier auch. Es gibt aber welche mit zwei Wächterplättchen. Perfekt. Wenn wir so Plättchen bekommen und einbauen, dann kommen da Wächter drauf. Die kann ich behalten, dann sind sie am Ende Siegpunkte wert. Oder aber ich kann sie ausgeben. Statt sie auszugeben, kann ich auch einen Siegpunkt bezahlen. Aber das muss man halt nicht unbedingt tun. Wenn ich eine Wächterfunktion mache, lege ich also einen Wächter hin, darf dann eine dieser Funktionen ausführen. Oder aber ich zahle einen Siegpunkt, solange wir uns vor der ersten Wertung befinden. Ansonsten zahle ich nach der ersten Wertung zwei Siegpunkte oder nach der zweiten Wertung drei Siegpunkte, um die Wächterfunktion zu machen. Ich kann auch mehrere Wächterfunktionen machen. Mit der Zeit sammeln die sich also hier an. Nehmen wir mal an, die werden jetzt gefüllt bis hier. Und dann kriege ich am Ende Siegpunkte dafür, wenn das Spiel vorbei ist. Nämlich, wenn ich zwei Wächter übrig habe, würde ich drei Siegpunkte bekommen pro Wächter. Das wären dann sechs Siegpunkte. Auf der längsten Mauer. Auf der längsten Mauer auch? Das muss nur auf der längsten Mauer sein. Ah, das habe ich verpasst. Ja? Okay. Dann würde ich sechs Siegpunkte bekommen, aber es muss auf meiner längsten Mauerstrecke sein. Also die Wächter gibt es nur bei den Mauern, ansonsten sind sie nicht vorhanden. Jetzt haben wir ja die Wächterfunktion. Bei dem Wächter hier gebe ich einen Wächter ab und eine Karte und kann einfach eine von hier oben bauen. Ich muss sie aber genau bezahlen. Farbe egal, aber es muss die gleiche Farbe sein. Ich habe noch meinen normalen Zug. Hier gebe ich einen Wächter ab und kann nochmal tauschen. Das heißt, ich könnte sagen, die hier würde ich gerne kaufen, aber ich hätte es gerne mit Grün statt mit Weiß. Und dann nehme ich sie mir. Bei dem gebe ich einen Wächter ab und kann diese Elemente einbauen. Diese Elemente sind hilfreich, weil ich dadurch eventuell sowas leichter verbauen kann. Man muss ja, wenn man das verbaut, auch es betreten können. Und wenn ich das jetzt hier an meine Alhambra so anbinden würde, würde das nicht gehen. Aber ich könnte es, wenn ich jetzt davon zwei Elemente hätte, so bauen, dann könnte ich da auch reinlaufen und ich hätte quasi das Element eingebaut. Dafür sind die gut. Und dann habe ich noch das Letzte. Da kann ich einfach irgendeine Geldkarte nehmen, egal welche, und habe noch meinen normalen Zug. Das ist das, was das hier ist. Und ihr habt die Wertigkeit mitbekommen. Und das sind quasi auch alle Regeln, die das Spiel hat. Ansonsten ist es ein klassisches Alhambra. Wir ziehen unsere Karten. Wir ziehen auch manchmal mehrere Karten, weil wir die Summe nicht bekommen, weil die Doppelzüge sind immer sehr mächtig. Und wir sehen schon, was vorausschauend ist. Das heißt, wir könnten natürlich Karten versuchen zu ziehen in Summe, die hiermit übermatchen. Und wir haben halt die zusätzliche Wächterfunktion. Der Matthias ist ja so gefühlt mein Zwillingsbruder, auch wenn er wo ganz anders wohnt. Aber wir haben bei vielen Sachen sehr ähnliche Hobbys und Geschmäcker. Und haben immer mega viel Spaß, wenn wir uns zusammen unterwegs und über alles mögliche unterhalten können. Matthias, bist du denn als Kind mit Alhambra in Berührung gekommen? Als Kind tatsächlich nicht. Also es ist ja 2003 erschienen, da wäre ich auch schon 23 gewesen. Ja, als Teenager. Insofern, ja, schon nicht mal mehr Teenager, schon erwachsener Junge. Aber kurz danach eigentlich. Also so zwei, drei Jahre danach, glaube ich, habe ich es mir geholt. Es ist ja auch ein Spiel des Jahres Titel, ähnlich wie Carcassonne, was du eben erwähnt hast. Also Carcassonne 2001, Spiel des Jahres, das eben dann entsprechend zwei Jahre später. Und macht mir immer noch gerne Spaß. Ich habe tatsächlich auch von Queen Games, gibt es eine richtig große, teure Aktion mit allen möglichen Erweiterungen. Da gab es noch sechs Erweiterungen. Dingbox. Promoplättchen und so, genau. Die richtig große Box habe ich da. Bei Weitem da noch nicht alle Elemente daraus gespielt. Aber ich spiele Alhambra tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne. Weil es ein schönes, leicht zu erlernendes Familienspiel ist, mit diesen paar Geschichten eben, dass du versuchst, die Karten so zu sammeln, dass du passend bezahlen kannst. Dann schnappst dir einer genau vorher weg. Du weißt nicht ganz, wann die Wertungen kommen. Und hier hast du eben quasi den Twist, dass du ja, früher waren es ja so, dass die Türme bringen die meisten Punkte, sie waren aber auch die teuersten Elemente. Und jetzt kannst du eben manche Elemente auch günstig kaufen, die sonst teurer waren. Und die sind aber vielleicht trotzdem auch dann nicht so viel wert oder trotzdem viel wert. Siehst du, ich finde das witzig. Ich habe ja Klickenabend, glaube ich, dann irgendwann mal mitgemacht, 2006 oder so. Davor habe ich ein bisschen gespielt. Auch ein bisschen mehr, aber halt jetzt nicht so extrem wie in Zwischenzeit. Und ich bin groß geworden mit Siedler und Katan tatsächlich bei uns in der Familie. Das heißt, ich habe mehr Carcassonne gespielt. Aber meine Frau, die Berna, die ist mit Alhambra vor allem groß geworden. Und sie hat mir dann irgendwann mal Alhambra sozusagen beigebracht und ich hier dann ein bisschen Carcassonne. Wobei bei mir, wie gesagt, deutlich, deutlich mehr passieren mit Carcassonne als Alhambra. Ich finde beides super tolle Legespiele. Der Vorteil bei Carcassonne ist, dass ich so eine Art Stadtplan halt aufbaue und Multiwertung habe. Der Vorteil hier ist, dass ich Doppelzüge machen kann und mit Geld agiere und kaufe und das taktisch nutzen kann. Die sind nicht identisch, auch wenn sie erstmal so ein bisschen gleich aussehen. Das sind schon komplett andere Spiele. Aber wenn ihr Legespiele mag, beides tip top. Das Roter Palast hat mir jetzt unglaublich gut gefallen, weil man hier hin und her switchen kann. Und ich denke, das macht Sinn, dass man nochmal ein bisschen taktische Tiefe hat. Ich weiß halt nur nicht, ob man es am Anfang braucht. Aber das ist ja nicht schlimm. Das heißt, das wäre ein Spiel, wenn ihr jetzt Alhambra noch nie kennt, dann könnt ihr das ja ein bisschen lockerer spielen und lasst vielleicht hier diese Multiwertung weg und macht die klassische Wertung. Oder aber ihr greift halt erstmal zum normalen Alhambra Big Box. Das ist immer eine gute Wahl. Und wenn euch das gut gefällt, ist das eine sehr, sehr schöne variable Geschichte, die man danach einspielen kann. Kennt man so auch von Carcassonne. Es gibt das Klassische und dann gibt es diese ganzen Varianten. Und meistens macht es für die Mehrheit Sinn, erstmal das Grundspiel mit den Erweiterungen zu holen. Und das ist dann die Kirche on top. Genau, also jetzt gefühlt, du kannst es ja fast komplett das normale Alhambra hier mit spielen, weil die Module sind alle modular, kannst sie abmachen. Du kannst ohne das Wächter-Tableau spielen. Du kannst auch ohne die Vorschau spielen. Du kannst mit den normalen Wertungskarten drin spielen, wo die Standardwertung drin ist. Das Einzige, was hier nicht funktioniert, du hast natürlich nicht die aufgedruckten Plättchen. Das heißt, wenn du die mit der normalen Wertung spielst, sind die Türme am teuersten. Es kann aber trotzdem sein, dass du sie günstig kaufen kannst. Das ist das Einzige, was am normalen Alhambra hier jetzt mit dem Spiel nicht funktionieren würde. Aber genau, man kann es eben trotzdem für den Einstieg erstmal ohne die Module spielen und dann eben Stück für Stück dazuholen. Für Familien, also für mich, Kaufempfehlung ist ein tolles Spiel, war schon immer ein tolles Spiel. Ist damit definitiv nicht schlechter, ist damit variabler geworden und für die Fans sicherlich ein Kauf- und ein Investwert. Da hast du vollkommen recht. Das war unser Special von Queen Games. Wir sehen uns spätestens in Essen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. назвet esse carpet. Servet. Elettroff eu роß. Ausatak muss etwas makeup. Tirewindigkeit. Gewisse die Schneecke.